Niemals hast du alles, aber du kannst jetzt alles bekommen. Über 200 Stunden Content, über 80 Weiterbildungen und sogar Aufzeichnungen von Live-Events, die noch nie veröffentlicht wurden. All das kannst du jetzt tatsächlich bekommen. 12.999 Euro, das ist der Wert des Archivs. Doch das ist nicht das, was du investieren musst. 2.999 Euro ist eine super faire Investition. Doch scheiß drauf, sollen wir die 2 wegnehmen? Nein, wir nehmen eine 9 weg. 299 Euro, einmalig, dauerhafter Zugang. Viel Spaß mit meinem Vermächtnis.